Ich bin Ben Tarnes, Rechtsanwalt. Mit meiner Kieler Kanzlei Ben Tarnes Rechtsanwälte vertreten wir Unternehmer und Privatpersonen. Ich habe mich bei Ben gleichwohl gefühlt. Er ist sehr sympathisch und hat sehr viele Fragen gestellt. Das hat dazu geführt, dass er mein Problem sehr gut verstanden hat und so mir eine maßgeschneiderte Lösung angeboten hat. Ich fühle mich bei ihm sehr, sehr gut aufgehoben, weil er einfach genau der Anwalt ist, den ich brauche. Mit der Kanzlei hier am Blücher habe ich mir einen Traum erfüllt. Im unmittelbaren Herzen von Kiel zu arbeiten ist ganz großartig. Der Blücher ist mein Mittelpunkt. Nicht nur dienstlich, ich wohne hier auch. Ich habe Ben Tarnes hier als engagierten Unternehmer am Blücher kennengelernt. Wir arbeiten gemeinsam in der Interessengemeinschaft Blücher e.V., wo er nicht zuletzt durch seine Expertise uns in Satzungsfragen gerade eine ganze Ecke weitergebracht hat. Ich schätze seine zupackende Art und weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann. Familienrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht. Im Grunde genommen bilden wir das gesamte allgemeine Zivilrecht hier ab. Sollten wir mal mit einer Fragestellung konfrontiert sein, die wirklich sehr speziell ist, dann verweisen wir gerne an Kollegen hier in Kiel. Wir haben ein starkes Netzwerk. Es ist uns ein besonderes Anliegen, eventuelle Hürden zwischen den Mandanten und uns abzubauen. Und gerade diese Nähe zeichnet uns aus. Viele Mandanten kommen zu uns mit so einem vagen Gefühl von, ich brauche hier in dieser Sache irgendwie Hilfe, wissen aber noch gar nicht so genau, was das Problem ist. Wir sind dafür da, mit den Mandanten gemeinsam das Problem zu erarbeiten und dann auf Grundlage dieser Information auch eine vernünftige Lösung zu entwickeln. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Herangehensweise dafür sorgt, dass die Mandanten die von uns entwickelte Lösung verstehen und erkennen, dass das, was wir hier für sie entwickelt haben, auch das Optimum darstellt. Wir verstehen uns als Ansprechpartner in allen Rechtsfragen. Wir bieten unseren Mandanten eine ganzheitliche Betreuung über das rein juristische hinaus. Und wenn Sie uns anrufen, haben Sie auch immer direkten Rechtsanwalt am Telefon. Ben Tarn ist Rechtsanwälte. Ihre Ansprechpartner in allen Rechtsfragen.